Ja hallo hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und Klaus spielt jetzt wieder ein Toto Spielchen. Was sagt die Statistik? Mal schauen. Also ich bin also hier bei 56 auf der mittleren Ebene. Der Durchschnitt liegt bei 46 Minuten. Jetzt machen wir ein neues Spiel. Einmal sehe ich das sehr gut. Also das ist ein schönes Spiel. An Rändern ist ein bisschen frei. Links und rechts scheint mir. Da schauen wir mal. Gut, ich fang mal an. Die 1. Was sagt uns die 1? Tja. Bei der 1 können wir bei der oberen 1 hinsetzen. Da haben wir schon mal eine und da können wir noch eine hinsetzen. Da haben wir schon mal 2. Tja. Das war es dann erstmal. Bei der 2. 2 2er. Das ist wenig. Wenig. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Bei den 3. 3 3 3 3 3 Und ich halte üblich 2 4er. Und ich halte üblich 2 4er. Ich halte üblich 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5. Tja. Das war es. Die 4 5er. 4 5er. auch nichts zu machen, bei der 6, wo sind die 6er, keine 6 dabei, keine 6 dabei, sieht so aus, oder bin ich blind, könnte sein, also meine 7, also 6, muss ich mir merken, keine 6 dabei, dann haben wir also jetzt die 7er, 4 7er, da kommt eine 7, 5 7er, und da kommt eine 7er, und das war's, bei den 8ern, ja bei den 8ern ist es mein, das nicht zu holen, nichts zu machen, das sehe ich schon, oder, doch, da kann man was machen, da kommt ein 8 hin, jetzt habe ich den wieder verrückt, ja, so wollte ich das aber nicht, Leute, schalte den wieder um, hier auf diese, auf der senkliche Stelle, aber nur, weil ich das hier nicht, ja, wie kann ich denn, das ist ja ausschalten, ja, wieso macht er das nicht, da haben wir den, dann mache ich den erstmal weg, und den mache ich auf, ich den auch, und den auch, und dann stellen wir den durch, und dann mache ich den backerecht, und dann hole ich den erneut rein, müssen wir weiterspielen, ja, weiterspielen, jetzt habe ich natürlich die Werbung hier drin, ja, das sind mal so wieder, wo war ich gerade, bei der 8 war ich, ne, da war ich bei der 8, und, äh, das heißt, da kommt auch ein 8 hin, und, äh, das heißt, äh, da kommt auch ein 8 hin, da kommt auch ein 9 hin, 2 hin, 2 hin, die 9 kommt ein, dann machen wir das 2 hin, und dann haben wir da unten noch und das war es erstmal. Moment, Moment, ja. Mal von vorne, bei den anderen. Ähm, nichts zu machen. Bei den Zweien, auch nicht. Bei den Dreien sind die Zahlen denn alle so angeordnet, dass die gerade in den Lücken waren, wo man nichts anderes mehr auffüllen kann, oder wie? Jetzt haben wir also die Dreier. Das heißt ja, da kann eine 3 sein, das heißt sie muss da sein und wenn die da ist, muss da eine 3 hin. Gut. Gut. Bei 4. Ja, bei 4 macht es nichts zu machen. Die 4 kommt in die Mitte da irgendwo. Da kommt dann 4 und 6 hin. Dann kommt die 4 da hinten. Und da kommt dann die 6 hin. Ja, jetzt haben wir wenigstens eine 6. Eine 6, das heißt da unten kommt auch noch eine 6 hin. Und was noch? 1, 2, eine 3 noch. Haben wir nicht. 3, 3, 3, 6, 4, da kommt eine 4 hin. Und da kommt eine 4 hin. Und da auch. Ja, ist es nicht möglich. Ist es nicht möglich? Die 5. Da kommt eine 5 hin. Und da kommt auch eine 5 hin. Und da kommt auch eine 5 hin. Das heißt also dann, dass da eine 5 hinkommen muss. Jetzt haben wir die 5 also dort auch. Und das sieht doch schon gut aus. Da kommt auch noch eine 5 hin. Ja, bei den 6 kann man nichts machen. War klar. Bei der 7. kommt dann der 7 hin. Und dann kommt da oben der 7 hin. Und bei der 8. Bei der 8. Bei der 8. Ja. dann kommt der 8 hin. Und dann kommt der 8 hin. Und dann kommt der 8 hin. Ja, das klappt ja gut. 9. Dann kommt der 1. Ja, 9. Gesundheit, danke. 1. 1,9. 1,9,9. Und... Da kommt der 9 hin. Und dann haben wir halt, das war der 9,9. Und dann haben wir halt, das war der 9,9. Ja, also nochmal eins. Das heißt, die Eins ist da oben und dann heißt das, dass die Eins also hier hinkommt. Ja, da kommt die Eins ein und die zwei. Und die zwei. Die drei sind da oben. Und die zwei Seite in der Mitte. Also heißt das, dass die zwei dahin muss. Die ist um die Ecke. Und eins hat sich dann durch auch nichts verändert. Ja, dann muss das die sechs sein, dann muss das die sechs sein. Und dann haben wir die sechs. Das heißt, die sechs sind. Und äh. Okay, weiter eins. Immer noch nichts. Weiter zwei. Weiter drei. Bei der drei doch da. Da kommt dann der rein. Jetzt kommt der eine da rein. Gut. Gut. Und dann kommt der andere da rein. Muss das die sechs sein. Und ähm. Und ähm. Weiß ich da rein. Und dann haben wir. Dann haben wir da oben eine da rein. Und äh. Da haben wir da unten eine da rein. Und da kommt dann die sechs hin. Und da kommt dann die sechs hin. Da kommt noch eine. Das heißt also. Wollen wir drei? Wollen wir drei Wangen, ne? Drei Wangen wir? Weiß man mit der eins. Immer noch nichts. Doch. Doch. Jetzt ja. Jetzt kann die eins sein. und dann kommt der 1 und jetzt haben wir sie alle im Sack. Hurra hurra. Die 1 haben wir, das kommt jetzt in 0 rein, eine 2 oder wie? Da kommt eine 2 hin. Gut. Wie sieht es mit den 2? Da haben wir eine 2, da kommt eine 2 hin. Da haben wir jetzt mal ein Ende. Da jetzt kommt der 1, eine 6 oder wie? Da kommt eine 6 hin. Da haben wir eine 6. Da oben eine 6. Da haben wir eine 6. Ja. Da haben wir eine 6 hin. Ne, in der Mitte fehlt eine. Da kommt eine 6 hin. Und was fehlt da noch? Eine 2, ne? Da fehlt nur eine 2. Gut. Jetzt haben wir also die 2 in der Mitte zu. Und dann haben wir dann eine 2. Und dann haben wir dann eine 2. Jetzt bekomme ich den hier bei drinnen. Ist ja unglaublich. Nur mit dieser Methode. Was kommt jetzt da hin? Da passt 1, 2. Da kommt 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Da kommt dann. Ach, da kommt die 9 hin. Da haben wir da eine 9 hin. Da haben wir da eine 9. Und da haben wir noch eine 9. Und da haben wir noch eine 9. Gut. Was fehlt jetzt hier noch? 1, 2, 3. Da fehlt hier noch. Da kommt eine 9 hin. Und da kommt auch eine 9 hin. Ja, hurra. Haben die alle geschafft in der Rekordzeit oder wie? In 18 Minuten tatsächlich. Das Rekord. Das ist eine neue Bestzeit. Das ist eine neue Stimme.